Wenn ich mich entschale, über die Meere noch weit, das mich erfreuen noch alle, für innige Weihnachtszeit. Die Tischdekoration, alles hervorragend gemacht hat. Gleichzeitig darf ich auch noch mal Gisela Schön, danke für das Kassieren und der Hilfskassierer. Gisela Schön hat uns auch eine Aufstellung gemacht in diesem Jahr. Wir haben in diesem Jahr mit 773,50 Euro angefangen. Wir sind im Augenblick bei 1.220,22. Stehen wir. Allerdings geht die Kosten uns damit auch. Dann geht es etwas runter. Aber ich schätze, wir werden also auch gut bis zum Jahresende hinbekommen. Wem dies das ganze Jahr nicht auffällt, der merkt aber spätestens zu Weihnachten an seinem Tannenkorn. Auf der Straße, wo sie gekauft hatten, waren sie ausgewogen und harmonisch. Der Händler hat noch gesagt, da haben sie aber ein Prachtexemplar erwischt. Und sie mussten ihm recht geben. Dann kommt er mit dem Baum nach Hause, zeige ich den mir, das Prachtexemplar. Und ich sage, zur Probe stellt das schon mal in die Zimmerecke. Und da habe ich gesagt, um Gottes Willen, was ist denn das für ein Missgeburt? Und tatsächlich, jetzt erkennt es auch, plötzlich hat das gute Stück oben nur ein paar magere Strünke. Unten ist es rechts und links etwas buschig. Aber links muss es irgendwie im Wald von einem Elefanten getreten worden sein. Also der Stamm erinnert von der einen Seite gesehen sehr stark an eine Flitzebohre. Kurz und gut, es bleibt ihm nichts anderes übrig, als erst einmal einen kräftigen Schluck aus der Konjaktflasche zu nehmen. Die Sähe aus dem Keller zu holen und sich zwecks Korrektur der Natur auf die Terrasse zu begehen. Er hat in der sogenannten Tannenbaum-Schönheitschirurgie langjährige Erfahrung. Zurück stellt er fest, links müssen zwei Zweie abgesägt werden. Wenn das geschehen ist, stellt er fest, dann müssen nunmehr rechts drei Zweie abgesägt werden müssen. Und wenn das geschehen ist, er weiß es sich als das Beste, rechts nochmal drei, zwei hier und so weiter und so weiter. Jedoch ist natürlich nicht auszuschließen, dass der Baum an erlich vorne und hinten erheblich zu voluminös war, sodass auch hier gewisse Operationen erforderlich wären. Und kurz und gut, es kommt unweihlich der Augenblick, wo er sich zur sogenannten Total-Avortation entschließt. Das heißt, er entfernt auch noch die restlichen Zweige. Nun hat er den nackten Stamm in der Hand, während die Zweige kniehoch auf die gesamte Terrasse verteilt sind. Damit sind nun die Voraussetzungen ideal, um zu einem wirklich willkommenen Weihnachtsbaum zu gelangen. Allerdings muss er jetzt sehr schnell handeln, bevor ich auf so einem runden und absolut gleichmäßig gewachsenen Weihnachtsbaum, wie die Natur in ihrer schulderen und vor allem alphabetischen Arbeitsweise hinzustellen, sofort Bohrer und Zollstock und bohrt in regelmäßigen Abständen etwa zehn Millimeter große Löcher in den Stamm. In diesem steckt er die schönsten der abgesetzten Zweige und erhält, weil sie hinzustanden bringen könnte. Die Methode hat allerdings einen Haar. Wenn der Baum am ersten Weihnachtstag bereits alle Nadeln verloren hat, hat er immer wieder sehr mühsam erklärt, dass dies an den modernen Düngemethoden in der Forstwirtschaft liegt und an der Umweltverschmutzung und so weiter. Ich sage, bei anderen halten die Bäume aber länger, wozu er nur sagen kann, eines gibt's eben nur, entweder idealen Wuchs oder hässliche Haltbarkeit. Atmen. Und das ist meine Ziele schütter. Im Internetbesuch ist eine Weihnachtsgesichtskichte vom Gruber Seffi, einem zehnjährigen Jungen aus dem Unterland Bayerns. Und da ich nicht bayerisch lesen kann, es aber verstehe, lese ich es vor. Ich habe jetzt keine Lust gehabt, das ins Deutsche zu schreiben. Falls mal jetzt, ins Hochdeutsche, ins Rückdeutsche. Aber weil, wenn man, ja, die Grammatik nicht ganz so richtig ist, dann liegt das da dran, weil ich nicht sofort weiß. Aber macht nichts, ich kann es so lesen. Der Advent ist die schönste Zeit im Winter. Die meisten Leute haben im Winter eine Grippe. Die ist mit Fieber. Wir haben auch eine, die ist mit Beleuchtung und man schreibt sie mit K. Drei Wochen bevor das Christkind kommt, stellt der Papa die Grippe im Wohnzimmer auf und meine kleine Schwester und ich dürfen mithelfen. Die Grippen seien langweilig, aber die unsere nicht, weil wir mordstolle Figuren darin haben. Einmal habe ich Josef und das Christkind auf den Ofen gestellt, dass sie einen schönen Baum haben. Und das war ihnen aber zu heiß. Das Christkind ist schwarz geworden und Josef hat es in lauter Trümmer zerrissen. Der Fuß von ihm ist bis zur Platz, bis zur Zimmerdecke geflogen und das war kein schöner Anblick. Meine Mutter hat geschimpft und gesagt, dass noch nicht einmal die Heiligen von meiner Blödheit sicher sind. Wenn die Maria ohne Mann und Kind herumsteht, dann schaut das nicht gut aus. Aber ich habe Gott sei Dank viele Figuren in meiner Spielkiste. Und der Josef ist jetzt der Donald Duck. Das Christkind, für das Christkind wollte ich Astrid nehmen, weil der so klein ist, dass er in den Futtertruck passt. Aber dann hat Mutter gesagt, man kann doch für das Christkind keinen Astrid hernehmen. Da ist das verbrannte Christkind besser. Es ist zwar schwarz, aber immerhin noch ein Christkind. Hinter dem Christkind stehen zwei Ochsen, ein Esel, ein Nielpferd und ein Brontosaurier. Das Nielpferd und den Saugröhr habe ich hingestellt, weil der Ochs und der Esel waren mir zu langweilig. Links neben dem Stahl kommen gerade die Heiligen Drei Könige daher. Ein König ist Papa im letzten Advent beim Putzen hingefallen und er war total hin. Jetzt haben wir nur zwei Heilige Drei Könige und einen Heiligen Bettmann als Ersatz. Normal haben die Heiligen Könige einen Haufen Zeug fürs Christkind dabei, nämlich Gold, Weihrauch und Püree oder so. Von den Unseren hat einer statt Gold ein Kaum-Gummipapier dabei, das glänzt so schön. Der andere hat Malbüro in der Hand, weil wir kein Weihrauch haben. Aber die Malbüro braucht auch schön, wenn man sie anzündet. Der Heilige Bettmann hat eine Pistole dabei. Das ist zwar kein Geschenk für ein Christkind, aber er kann es damit von den Sauriern beschützen. Hinter den Heiligen sind noch ein paar rothäutige Ideano und ein weißer Engel. Dem Engel ist ein Fuß abgebrochen. Darum habe ich es aufs Motorrad gesetzt, dass es sich leichter tut. Mit dem Motorrad kann er fahren, wenn er gerade nicht fliegt. Rechts neben dem Stall haben wir einen Rotkäppchen hingestellt. Sie hat eine Pizza und drei Weißpüree für die Oma dabei. Aber einen Wolf haben wir nicht. Mehr steht in unserer Kruppe nicht drin. Aber das reicht auch. Zur Nacht schalten wir das Licht an und dann ist unsere Krippe erst so richtig schön. Wir sitzen alle da und singen Lieder vom Advent. Manche gefallen mir, aber die meisten sind ziemlich langweilig. Mein Opa hat mich ein Adventgedicht gelernt. Das geht so. Advent, Advent, der Bärwurz brennt. Erst trinkst du ein, dann zwei, drei, vier, dann haust du mit dem Kopf vor die Tür. Obwohl das Gedicht recht schön ist, hat Mutter gesagt, dass ich mir das nicht merken darf. Bis, ehe man sich umschaut, ist der Advent vorbei und Weihnachten ist und Weihnachten auch. Und das Jahr geht dahin. Die Geschenke sind ausgepackt und man kriegt vor Ostern nichts mehr. Höchstens am Geburtstag. Aber eins ist gewiss, der Advent kommt alle Jahre wieder. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020